Das Riff Asteroidengürtel? Ey scheiße geil, wir können schon wieder woanders hin Wir können zum Riff Asteroidengürtel Da ist ne Mission Die erwarten das Riff Asteroidengürtel Level 10 Story Das ist die nächste Story Mission Aber die gibt keine EP-Bonus wie es aussieht Reisen zur Heimat der Erwachen und finden heraus, dass wir über den Schwarzen Garten wissen Einsatzgruppe 133 Kooperativ, männlich Ja, ich glaub schon, aber mal sehen Ich werd trotzdem morgen gucken, ey Was geil ist, mein Telefon schütt Äh, nur noch Mars, glaub ich Das war, glaub ich, alles dann Ja, aber es kommen ja noch 2 DLCs Und wenn du den Erweiterungspass hast, dann ist ja Ja, bestimmt ein paar Planeten Komm, was hast du? Wahrscheinlich Uranus Und Merkur Oder Neptun Die bringen in 2 Jahren ein neues Destiny raus Eine Fortsetzung von Destiny Ja, keine Ahnung Bin ich mal echt gespannt Bin ich mal echt gespannt Dann müssen wir hier bei der Post-Stelle abwohlen Dann müssen wir hier bei der Post-Stelle abwohlen Dein Name Heute zum Hinweis Wiedersehen Ich werde hier bei der Post-Stelle abwohlen Maffe, 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 Maffe Na, in der Stelle der Archive verstecken Gut gemacht Ja, schon wieder stinknummerne Handschuhe Ich krieg immer nur stinknummerne Handschuhe Komm wieder auf, sonst langweilig Ja Ja Ey, Scheiße Lutz, lacht dich tot Ich habe ihn gerade für 54 Glimmer Einen ungewöhnlichen Gegenstand gekauft Bei dem Typen, wo wir immer Waffen machen können So Was ist es? Level 15 Verteidigung 74 Disziplin plus 54 Meinen jetzigen haben die Disziplin plus 8 Und Verteidigung 19 Alter, die hauen dann richtig rein die Schuhe Geile Scheiß Höhöhö Jaa, natürlich So, ich werde jetzt mal die Sachen abgeben und dann ähm werde ich weitergehen Eliminiere 10 Vax Mages oder Ultras Nein, da muss ich nicht raus, was man dazu kriegt so Hast du etwas für uns, Titan? Na toll, Handschuhe oder Kopfschmuck? Handschuhe oder Kopfschmuck? Ich würde sagen, eher für Kopf Weil Handschuhe habe ich schon Bedehn dich Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, Hüter 1,70 und 3,30 Stärke Was macht nun mal die Zippkriege? Hier hat abhängig der Garnaten Ah ja, das macht das, stimmt ja Äh, deine Garnaten sind schneller abgeklungen Ich will aber lieber Ich will lieber Rüstung mit Intellekt Intellekt verringert die Abklingzeit der Nova Bombe Und du kannst sie häufiger einsetzen Das ist ein Ding was man haben will Ich werde später auch noch sehr sehr viel Multiplayer spielen wegen den legendären Rüstungen Wegen den legendären Rüstungen Weil wenn man die hat ey dann hat man echt ausgesorgt Dann ist man echt mega Hype Alter geiler Scheiß Meine Knarre die ich jetzt trage ist für Level 11 ey Genau ich hab ne Idee ich geh noch woanders hin ey Ey wenn das funktioniert was ich grad denke dann lachen wir nicht Lachen wir echt gut drin Ja die sind gut So ich muss schnell das machen und morgen werde ich dann endlich Level 15 sein ey Dann kriege ich die neue Fähigkeit und dann wirds lustig Oh ich freu mich schon wer ich Level 20 bin ey Ganz ehrlich Lutz ich freu mich schon wirklich drauf Du nicht? So geil bist du Level 20 kannst alles ummieten Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wir haben sich ja nicht erhöht Schade 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 Wir haben sich echt nicht erhöht Genauso geblieben wie vorher also ich will jetzt erst mal vorrang ich glaube ich werde jetzt erst mal im vorrang auf rang 3 machen dann kann die legendären waffen nicht kaufen welch legendäre waffen kaufen kann er dann kaufe mir versionsgewehr und so weiter und so fort ich glaube ich bin als erstes mal nach raketenwerfer raketenwerfer maschinengewehr automatik gewehr das will ich haben das gefällt mir 25 schuss zwar nur aber macht er mir in 300 schaden naja egal krass wie stark sich das erhöht dann beim spielen sage ich mal dank fürs zuschauen grüß dich wer wem es gefällt dann morgen geht es weiter ich sage mal bis morgen sagen wir jetzt tschau tschau und danke fürs zuschauen